Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Köberle und in diesem kurzen Video erhältst du Informationen über den Theta Healing Basic DNA Kurs. Theta Healing Basic DNA dauert drei Tage. Voraussetzungen keine. Der Basic DNA Kurs führt dich in die Theta Healing Techniken ein und konzentriert sich auf die Aktivierung der 12 DNS Stränge des Teilnehmers. Ja, das Herz dieses Seminars ist das Praktizieren von Techniken, welche es dir ermöglichen, Lebensmuster zu verändern, die durch genetische, historische und seelische Überzeugungen festgehalten werden. Entweder selbst erzeugt oder von aussen auferlegt. Überzeugungen, Glaubenssätze und Emotionen kannst du von deinen Vorfahren erben. Diese Ebene nennen wir die genetische Ebene. Die Schüler erleben eine Öffnung zur bedingungslosen Liebe des Schöpfers. Du wirst lernen, deine eigenen Überzeugungen zu identifizieren und im Seminar mit anderen zu üben. Diese Praxis kann schnell Glaubenssätze enthüllen und dem Körper zeigen, wie er einschränkende Überzeugungen oder Gefühle durch positive ersetzen kann. Studien haben bewiesen, dass genetische Überzeugungen vererbt werden können. Weitere Themen und Übungen umfassen. Lerne, warum du Dinge in deinem Leben erschaffst und was du daraus lernst. Lernen, wie es ist, mit Führern und Schutzengeln zu arbeiten und die Einführung in die Manifestationen in deinem Leben. In die Zukunft schauen, Stimmungen ausbalancieren, Seelenverwandte, Abwägige und Implantate, die sieben Ebenen der Existenz, die macht, sich mit dem Schöpfer des Alls zu verbinden. Das Theta Healing Basic DNA Seminar ist das erste Seminar, das es braucht, damit du als Theta Healing Practitioner zertifiziert bist. Die Basis DNA und Advanced DNA sind die zwei Hauptseminare und sind die wichtigsten Werkzeuge zum Start als Theta Healer.